So, Freunde der Nacht, willkommen zurück zum Finale, hoffentlich. Ich hoffe jetzt, dass ich es diesmal schaffe, gegen das Nintendo-Team. Im Special Game, nach dem Finale, kommt ja Nintendo. Das genauso stark ist wie wir, beziehungsweise stärker. Weil alle Werte einfach auf 100 sind. Das ist echt der Knaller. Ich muss noch mal eben mein Mikro richtig dran machen. Bin ich gerade hier weggerutscht. Und ich würde jetzt eigentlich sogar sagen... Ja, klar. Alter. Nee. Nee. Ich würde sogar sagen, ich versuche es so oft, bis ich es schaffe. Oh. Mist. Das wollten wir aber gar nicht. Das wollten wir gar nicht. So, jetzt nochmal. Bitte 3, 2, 2, 3. Automatisch. 2, 3, 5. Boah, der hat gar keine Abwehr, aber Riesenangriff. Ich habe auch keine Chance hier. Nein, Quatsch. Shit. Shit. Ja, ist klar. Hallo. Boah. Alter, ist das hart. Ich versuche wirklich so oft, bis ich es schaffe. Und wenn nötig mit Safestates, weil das ist echt übel. Ich gucke nochmal eben. Okay, den können wir nehmen. Also machen wir einmal hier einen. Dass wir nicht immer den ganzen... ...Rutsch da sehen müssen. Ich habe nicht den Hauch einer Chance. Merkt ihr das? Ich komme da absolut nicht durch. Doch jetzt mal. Aber zu weit. Ja. Verdammt. Da ist schon das Tor wieder. Ja. Auch wenn ihr jetzt meint, das ist Pussyhaft oder so. Anders habe ich aber absolut keine Chance, das zu schaffen. Yay, wir haben ein Tor geschossen. Wow, da muss ich jetzt erstmal einen anderen Spielstand nehmen. Bevor ich den aus Versehen kaputt mache. So. Komm, noch eins. Ne, so nicht. Ja, ja. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Naja, also wie gesagt, anders schaffe ich es einfach nicht. Und auch wenn ihr meint, das ist jetzt irgendwie pussyhaft, habt ihr recht. Aber. Besser als gar nicht. Ich will einfach das Ende sehen. Also nur darum geht es mir, dass ich euch das Ende zeige. Normal würde ich das gar nicht mehr machen hier. Also nicht mehr weiterspüren. Ich drehe nochmal das Mikrofon. Also ohne Safe-State meine ich natürlich. Alter. Ich lasse ja einfach kein Tor schießen, weißt du. Beziehungsweise jetzt versuche ich es nochmal so. Ich will damit zur Hälfte, je nachdem wie es läuft. Ja, klar. Ach, Mann. Ich würde am liebsten jetzt wieder direkt ja den Knopf drücken. Aber gucken wir mal. Wenn wir ein Tor schießen, machen wir weiter. Wenn der ein Tor schießt, nehmen wir auf. Wenn es jetzt aussieht, schießt er ein Tor. Ich kriege den Ball auch gar nicht weg. Weckt er das? Ja, ich war doch gerade schon kurz davor. Mann. Nein, zu weit rechts. Mist. Mist, 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 Mist. Mist, 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 Mist. Mist. Haut er uns einfach um dann. Aber wir brauchen gar nichts sagen. Wir meckern. Äh, wir meckern. Wir hauen die ja genug um. Wir dürfen den einfach nicht in den Strafraum kommen lassen, weil der ist mit so vielen Mann, dass der ein klares Übergewicht hat. So wie der Rainer Köln und der hat auch ein Übergewicht. Ah, 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 ah. Mann. So, Abstoß. Das ist schon mal besser als ein Tor. Oh, das war knapp. Oh, 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 oh. So, kriegen wir es jetzt mal hin hier. So, und. Ne, das ist zu nah. Wie macht der das? Ich drück doch auch den Knopf ganz durch. Ach, Quatsch, ich wollte den anderen Knopf. Boah, Pfosten. Pfosten, 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 Pfosten. Wir müssen uns auch gar nicht schießen hier. Obwohl der nur eine vermeintlich schwache Abwehr hat, verteidigt der ziemlich gut. Das ist noch keine Karte grad hier. Ne, so geht das nicht. So geht das nicht. Ne, so auch nicht. So auch nicht. Komm. Komm noch, komm noch, komm noch. Komm noch, komm noch, komm noch. Du, kleines Arschloch. Nein, jetzt hab ich ja kein Scheiße. Ja, das war's. Okay, okay. Ja, 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 okay. Alter. Alter. Boah. Ja, du bist so knüppelhart, ne. Das glaubt ihr gar nicht. So, Nummer 10. Mach es. Komm. Ha. Schade. Alter. Ja. Mann, la, no, 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 no. Mann, na, Mann, na, no, 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 no. Mann, der kommt einfach nicht an den Ball, verdammt. Komm jetzt aber mal. Ah, verdammt. Mist. So, muss man eben das Mikro bisschen besser hingestellt, so zu sagen. Nein. Aber wisst ihr was, ich mach mal hier so ein Save. Wir haben immerhin bis hier durchgehalten. Komm. Mist. Das wäre auch zu schön jetzt. Hallo. Komm, Shen. Das ist unfassbar. Der grätscht, hat den Ball kurz und dann wieder nicht. Also, ne, der grätscht schafft es nicht. Dann grätscht er kurz danach nochmal. Weißt du, meiner Ball im Blatt liegen. Seiner grätscht einfach mehrfach, bis er am Ball kommt. Und dann hat er den. Komm raus. Und dann hat er den. Nein, zu dem wollte ich gar nicht. Ich hab extra, extra hier die Schultertasse gedrückt. Nee. Alter. Komm schon. Ja, zu früh gedrückt. Scheiße. Äh, zu. Lasch. Ich hab doch gedrückt. Mist. So ein schönes Passspiel. Die kommen wieder nicht. Die rennen vorm Ball weg. Nee. Nee. Nee, zu weit. Komm, legen wir mal noch einen ein. Komm schon. Also, wenn noch nicht so weg. Ach, Mann. Also, ohne diese Safestays würde ich es gar nicht schaffen. Und so schaffe ich es vielleicht so ein bisschen. Mit geringer Wahrscheinlichkeit. Beziehungsweise, auf jeden Fall schaffe ich es so. Aber irgendwann halt erst. Dauert eine gefüllte Ewigkeit. Scheiße. Ja. Mann. Das ist ein bisschen Mist. Komm. Ja, 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 ja. Ah, wieder zu weit rechts auch. Warte, Torwart, 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 Torwart. Und hätte ihn trotzdem gehabt. Jetzt aber. Mann. Er will nicht. Der Ball will nicht reingehen. Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Gelbe Karte können wir nicht verkraften. Nein. Ach, Mann. Einfach so oft, bis es mal klappt. Jo. Klar. Habt ihr das gesehen? Wie der am Cheaten ist? Komm schon, der muss jetzt belohnt werden. Nee, wurde nicht belohnt. Macht aber nichts. Doch, macht was. Scheiße. Der schießt auch direkt wieder nochmal drauf. Das ist echt. Unfassbar ist das. Er will einfach nicht rein. Ja, jetzt nochmal. Komm. Nach links? Mann. Ho. Oh. Nein. Oh, nein. ne zu weit macht aber nix und wir nehmen noch einen vorsichtshalber sicher ist sicher kommt zeit lauf ab alter schwäle nee mann das wird nix ich hoffe kein zweites tor dass wir überhaupt eins zu geschafft haben wir haben es geschafft die zu bestehen ok dann nehmen wir mal den hier und behalten die aufstellung alles gleich alles klar alles klar und bäms ne zu weit äh zu wenig so aber auch nicht gehalten war aber genau platziert mach ihn doch mal er hält ihn immer und immer wieder jetzt einfach mal anders versuchen beispielsweise so in dem der gegner für uns schießt bisschen zeitspiel hier ne auch nicht ja boah alter schwede jede sekunde ist kostbar alter ne zu weit zu weit dingsrums äh zu wenig zu weit außen sozusagen genau jetzt mach ihn mach ihn mach ihn nein so doch nicht ne noch ein bisschen weiter außen hat er das gesehen haut er einfach den torwart um sowas geht in dem spiel unfassbar ne 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 so nicht ne die Nummer sieben auch nicht Einfach hier nach außen weg. Wie platziert, heftig. Klasse ist Goal Kick zu haben, der ist gefährlicher als eine Ecke für mich. Krieg ich doch nicht mehr, weil der wie auf Eis und Kull hat. Heftig. Ah, ich wollte doch hier nochmal schießen. Was heißt nochmal, überhaupt mal schießen. Immerhin ist mal eine Flanke angekommen. Jetzt aber mal. Wie ging denn der erste rein und der jetzt gar nicht mehr? Land der Torwart etwa. Noch näher dran geht's gar nicht. Hallo. Boah. Heftige Scheiße. Alter. Ba 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 da 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 da. Wahrscheinlich weiß der Torwart schon, wer schießt und kann deswegen halten. Dann hab ich mal grad mit einer anderen Nummer versucht zu schießen. Nein, der ist wieder drin. Boah. Bleib auf. Bleib auf. Bleib auf. Weib auf. Bleib auf. Und dann kann ich doch mal. Entlastung hab ich dann Oder auch nicht Verdammt Jetzt kommt schon Jau Mann Jetzt aber Zeit Acht Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Yes Wir haben es geschafft Mit viel Cheaten Aber trotzdem können Sie sich freuen Jawohl 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 So dann Machen wir mal So 1-0 gewonnen Freunde Mit viel Cheaten Und Herzlichen Glückwunsch Du hast die stärkste Nintendo Allstar Team Besiegt Und gezeigt Dass du der beste Die beste Fußballmannschaft Auf der ganzen Welt bist Sprach der Schiri Ja und jetzt passiert noch was Kann ich mal drücken Ich trau mich ja nicht zu drücken Weil Sonst ist es weg Ja Und jetzt Start drücken Okay Der Fußball sieht aus wie eine Nase von irgendwas Also so ein Gesicht von irgendwas Ja Jetzt haben wir hier den Abspann am Laufen Mit Ryoji Amano im Main Programm Als Hauptprogrammierer Ich bedanke mich fürs Zuschauen Das Projekt ist jetzt vorbei Ich bin auch echt ehrlich gesagt froh darüber Weil Ich hab jedes Mal wenn ich gespielt hab Von dem Steuerkreuz einfach Krämpfe im Finger gehabt Das ging gar nicht Ich meine das ist ein tolles Spiel Aber für die heutige Zeit Für mich Für mich Fifa Kind Verwöhnter Bengel Kann ich das absolut nicht spielen Das ist viel zu unlogisch für mich Und zu Willkürlich Und zu willkürliche Knopf Knöpfchen Knöpfchendrückerei So Das wollte ich sagen Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht Auch wenn ich manchmal Ein bisschen sehr Ausfallend wurde Und ein bisschen geflucht habe Ja Da waren es nur noch drei laufende Projekte Zumindest aktuell noch Jetzt läuft ja noch Black Mesa Läuft ja noch Zwar als Nebenprojekt Aber es läuft Ähm Und Zelda A Link to the Past Und Mario RPG Vier Projekte auf einmal Ist auch schon sehr heftig Also So wollte ich das gar nicht machen Ich hatte eigentlich gedacht Gut dann spielst du mal so zwischendurch Eine Runde Super Soccer Aber dann hat mich doch der Ehrgeiz gepackt Das Spiel durchzuspielen Ja und so ist das Auch zu einem Projekt geworden Sozusagen Aber wir haben es jetzt geschafft Während hier die Bilder von Fußballspielern laufen Ist das schön Ist das schön Dass wir es geschafft haben Aber ich habe jetzt auch die Idee Also ich habe nochmal drüber nachgedacht Weshalb es jetzt das Nintendo Team noch gibt Weil Theoretisch Man könnte ja auch schummeln Sozusagen Wenn man jetzt gar nicht Also normal nimmt man ja die Mannschaft Von dessen Land man ist Also ich Wir sind deutsch Also nehmen wir Deutschland Wenn wir Engländer werden Nehmen wir England Ja es kann ja auch Sozusagen Cheater geben Also was heißt Cheater Aber in dem Sinne Dass man einfach die stärkste Mannschaft nimmt Und dann ist das natürlich Mit einigen Vorteilen verbunden Das war jetzt bei uns Zufall Aber Andere würden das vielleicht auch so Immer entscheiden Dass wir immer die stärksten nehmen Und deswegen ist das nochmal Eine richtige Herausforderung Gegen die wirklich allerstärkste Mannschaft Zu spielen Vielen Dank fürs Spielen Ja Human Inc. Und Nintendo 1992 Jeweils Da ist Abpfiff Oder Anstoß Okay Wollen wir uns das mal merken Sollen wir das gleich mal eingeben Und gucken was passiert Ob wir dann mit der Nintendo Mannschaft Spielen können Äh Soll ich mir das mal aufschreiben Ich schreibe mir das mal auf Ist ja eh jetzt der letzte Part Dann können wir ruhig mal Ein bisschen länger machen Oh ich mache hier Mist mit meinem Mikrofon Ähm Mist 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 Alles doof Ähm Ja Habe ich hier einen Stift? Nö Habe ich nicht Verdammt Ich mache es einfach anders Ich Neue mein Handy zur Hand Und mache ein Foto Ein Foto Knips Komm schon Mach Foto So 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 kann man das auch erkennen Natürlich erkennt man nichts So 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 Ne das kann man sich nicht merken Warte nochmal eben Nochmal Foto machen Nochmal vernünftig hier Oh mir rutscht ja alles weg Scheiße Ne das kann man alles nicht erkennen Verdammt Naja erkennt man alles noch schlimmer Dann machen wir das ganz klassisch Muss ich nur erstmal hier klarkommen Dauert jetzt alles einen kleinen Moment Tut mir echt leid Und mein Headset hat sich gelöst Und das bommelt hier so rum Das stört total So Und jetzt einen Zettel finden Ähm Da Zettel Und Stift Ja So jetzt Oben Links Unten Links Meine Pfeile Die sind so schrecklich Rechts Unten Unten Rechts Links Unten Links Oben Links Ob ich die Pfeile wiedererkenne Ich weiß es ja nicht So Startdrücken und Wegdrücken geht alles nicht Also machen wir mal zur Sicherheit nochmal hier ein Save Falls du das Bild irgendwie aus welchem Grund auch immer falsch haben So Er schießt Er trifft Exhibition Ne das wollte ich gar nicht Verdammt Lalalalalalalalalalalala So jetzt nochmal Turnier Continue So jetzt Das möchte ich gerne haben Das möchte ich gerne haben Äh Rechts Unten Unten Rechts Links Unten Links Oben Links Und Ja Es ist ein Tor Also Passt es So was haben wir jetzt geschafft Expert Ach du Scheiße Das Äh 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 Mach ich aber nicht Neues Spiel Gucken wir mal Spaßes halber In Belgien Okay Müsste ja Einigermaßen laufen Jetzt Jetzt wo wir wissen wie es geht Aber ich glaube noch nicht so ganz dran Expertenmodus Okay was ist jetzt hier Experte dran Läuft das langsamer oder wie ist das Oder ist das Einbildung Das läuft langsamer ne Er wird immer schneller mit dem Ach so ist das Am Anfang noch alles ganz langsam Okay Was haben wir denn hier bei Exhibition Single Game Äh Erster gegen Computer Und ich nehme jetzt mal hier Hier sehen wir von der Farbe ganz ansprechend aus Na eigentlich Argentinien Aber die möchte ich nicht nehmen Jetzt Mal die Japsen Und kämpfen mal gegen die Deutschen Oh das war aber eine sehr gute Entscheidung Oh man So jetzt habe ich natürlich alles auf Expertenmodus Ach das ist die Musik der Deutschen Jetzt verstehe ich So versuch Komm schon Drinnen Voll verkackt Jetzt verstehe ich es In der ersten Hälfte läuft immer unsere Musik Und dann die des Gegners Ah ok Wieder was gelernt Ja Freunde Ich danke fürs Zuschauen Wieder mal Im Expertenmodus Sage ich jetzt Auf Wiedersehen Und bis zum nächsten Projekt Bzw. bei den anderen Projekten Sehen wir uns noch Ciao